Steht Ihnen eine Urlaubsfahrt bevor und Sie möchten Ihr Gepäck ungern wieder nach Hause tragen? Oder gehört Ihr Fahrzeug auch zur Liste der meistgestohlenen Autos Deutschlands? Haben Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Fahrzeuge und wünschen sich manchmal einen pfleglicheren Umgang mit Ihrem Eigentum? Das ist die Lösung Ihres Problems. Der GPS-Tracker CarProtect Pro Mit dem CarProtect Pro schlagen Sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Er wird einfach an die Diagnosebuchse Ihres Pkw gesteckt. Einen solchen OBD2-Anschluss haben alle Benziner ab Baujahr 2000 und alle Diesel ab Baujahr 2003. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf dem Beifahrersitz und blicken auf die Instrumententafel des Armaturenbretts. Mit dem Virtual Dashboard Add-on der Software Phone Tracker Location Center können Sie dies jetzt auch von Ihrem PC aus tun. Lassen Sie sich automatisch informieren, wenn sich Ihr Fahrzeug unberechtigt bewegt, die Autobatterie abgeklemmt oder der CarProtect Pro entfernt wird. Möchten Sie ohne viel Aufwand zwischen mehreren Fahrzeugen wechseln? Ziehen Sie den CarProtect Pro einfach ab und stecken ihn in dem nächsten Fahrzeug wieder an. Vergessen Sie stundenlanges Schrauben oder wackelige Kabelverbindungen zwischen dem USB-Anschluss Ihres GPS-Trackers und der Bortspannung Ihres Fahrzeugs. Möchten Sie ein einfaches Abziehen des CarProtect Pro verhindern, verwenden Sie das optionale Verlängerungskabel und befestigen beides mit einem Kabelbinder hinter der Blende. Bestellen Sie gleich jetzt den CarProtect Pro als Einzelgerät ab 199 Euro oder ein Set mit der Software PhoneTracker Location Center und dem Virtual Dashboard Add-on. Beides erhalten Sie unter www.alarm.de und bei allen anderen PhoneTracker Partnershops. Beides erhalten Sie unter www.alarm.de und bei allen anderen PhoneTrackers. Vielen Dank.